Servus, grüß euch, hoffentlich haben Sie einen örtlichen Hunger mitgemacht, weil der Alex und wir werden heute wieder was wunderbares kochen, was Sie so sicher noch nie gefressen haben. Wir rinnt jetzt schon wieder das Speichel aus der Goschen, kann ich auch so. So, Alex, bitte. Es ist gut, dass ihr zu Hause, dass ihr grüß euch, dass ihr nichts riechen könnt, weil der riecht ganz stark, weil der Andi, der macht einen Knopfelpüree, mit einem Knopfel und einem Püree, gell? Ja, wichtig, ich mache heute ein Knopfelpüree, also ein Püree mit einem Knopfel und einem Püree, dazu brauchen wir ein Knopfel, jetzt werden wir da rein schießen, ein scheiß Knopfel, geht nicht, wurscht, machen wir es ohne Knopfel, das Knopfelpüree. Wichtig, ein schönes Püree, ein schönes Augel, schau her, schau da, was das für ein Püree ist. Hm, das ist schon mal so ein Püree gesehen, Augel, schau, wichtig, jetzt, Alex, schau her, kannst du was lernen? Ja, 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 na schau, wie ihr das macht es in der Stadt, gell? Ja, ja, schau, durchwalken mit die Hände, ja, durchwalken ist Püree, ja, und wichtig, die Hände nicht waschen, ist ein Tipp von mir, da schmeckt es immer anders, man weiß ja nie, wo man mit den Wichsgriffeln vorher drin war, gell? Ja, das stimmt, da habe ich gesehen, da hat er vorher nachher da hinten reingestiegen, da kann ich kein Teufel sagen, ja, ja, ja. Wenn man mit den Händen mürt wird, bitte, überhaupt kein Problem, nimmt man die Schüssel rein, macht es mit den Füßen weiter, überhaupt kein Problem, ne, tut man es eine mit den Füßen, da habe ich die Geschuhe nie ausziehen, weil man weiß ja nie, wo man vorher reingestiegen ist, gell? So, dann tut man es Püree, schau, eine ins Topferl, Püree ins Topferl, weil ohne Topferl ist es nicht gut, weil schon ohne Topferl ist es so, das wollen wir nicht. Wir wollen es mit dem Topferl haben, ja, ist besser, gell? Ist besser, und wenn die Füße auch schon mürtzen und die Hände, pass auf ein Tipp von mir, mit dem Kopf weitermachen, mach es weiter so, und dann ist es schon fertig, schau, ist es schon fertig. Sehr gut, sehr gut. Alex, bitte, was machst du? Du, schau, schau, gell mal, ist ja was aufgefallen an mir, gell? Ich bin halt frei, bin ich in der Nacht, gell, bin ich besoffen ins Haus gekommen, gell, bin ich voll mit dem Kopf, bin ich vorne über, einig gestiegen, gell, mit dem Kopf einig vorhin in der Kuhflage, gell, das sieht man vielleicht noch. Oh, aber wichtig, wichtig jetzt von mir als Tipp für euch ins Haus, gell, nix wegwerfen, weil das ist ein Geschenk von der Natur, was die Natur dir schenkt, gell, Andi, das haust nicht weg, also, haust es einfach, gibst es auch ins Essen dazu, gell? Wunderbar, wunderbar. Schaut, ich mach halt, halt, mach ich für euch. Ah, ist das gut, eine Leberwurst und Suppen wieder, gell? Auger, auger, guck mal, zeigst du mir, Auger. Schau, Auger, Auger, komm mal, komm mal, schau dir das mal an, gell? Schau, das ist altes Regenwasser, das habe ich gesammelt seit zwei Jahren, gell, da haben die Vögel eine geschissen, gell, ganz was falsch, ganz, ganz was falsch, gell? So, und dazu kommt jetzt die Kreuz, es bleibt kalt, es ist eine Kreuzesuppe, es ist eine Kreuzesuppe. Ja, es ist eine Kreuzesuppe. Warum ist eine Kreuzesuppe? Warum ist eine Kreuzesuppe? Weil es draußen kalt wird. Und wir, die Räume, sagen, wenn es draußen kalt ist, muss das Kreuzesessen, gell, im Sommer eine heiße Suppe, im Winter, zum Beispiel, wenn es draußen eisig ist, da lutscht es so. Ach, das ist das, ich habe einen Knobel, einer. Das ist alles eine, gell. Ja, das lebt, das lebt, das ist gesund, das ist gut. So, jetzt krimmt die Leberwurst, auf, auf, krimmt's, gell, mit der Hand. Du, du depperte Schluchtenscheißer, kannst du mal einen Witz dazu? Aber von meiner letzten Hochzeitsnacht kann ich dir dazu ein. Bist du verheiratet, oder was? Na, aber ich schnack's ja so gern mit den Frauen, die gerade geheiratet haben. Also, die schnacklerfrau, die gerade geheiratet hat, gell. Sag, Alex, sag mal. Dann morgens, gell, ruft sie den Zimmerservice im Hotel, gell, und bestellt für sich ein Kaviarfrühstück und für mich ein Kopfsalat. Wieso das? Hab ich auch gesagt, warum für mich ein Kopfsalat? Sagt sie, na, ich möchte sehen, ob du auch frisst wie ein Karnickel. Give me a lemon! So, du willst aber schon fern die Augen vielleicht noch mal. Er hat mich wirklich gefreut, dass dabei war, und heute könnten sie morgen wieder einen bei Früßchen. Schaut, Alter, schaut! Ich hab ja sehr was davon. Schaut, das ist ja was seins. Können wir zusammenhängen vielleicht auch? Machen wir wieder ein Fusion. Ja, das ist es. Ja.